hallo freunde und herzlich willkommen zu einem neuen netzplay world of warships mit joshio viel spaß beim zuschauen eine fette runde mit dem sanco sanco er war ja schon hier gesehen jetzt ist er dann halt mal die visions mäßig dabei so ja würde ich sagen klicken wir mal auf gefecht und wenn ein bisschen was versenken gehen ich bin mal so frei und mal ganz kurz ein bisschen trinkt ein immer so ein bisschen die die kehle ölen das ist das glaube ich mal sehr nötig so dankeschön dankeschön ja also ich bin ja von wegen premium verschenkt ich bin ja in der wie heißt es in der werft und die premium posten die kriegt man normalerweise nicht angefangen habe ich ganz normal mit meiner angefangen habe ich mit meiner mal ganz normalen hafen ich meine in london war ich glaube nicht und auf einmal nach dem nach einem gefecht was ich hatte da war ich dann im dock also im premium deswegen scheint ist aber ein kleines geschenk gegeben zu haben und man hat es ja auch gerade bei den punkten gesehen dass ich der premium ep gekriegt für die fuhr hat seine maschinen gestartet entscheidend in ein 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 ui 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 sehr schnell so schnell erst mal direkt konkret dran vorbeigebollert es noch zerstörer ich verzieh mich immer back to nature eine idee ich lasse mal ein bisschen was ich lasse mal ein bisschen was da an torpedos so also hätte ich jetzt mal einen anderen kreuzer genommen das war ja der was das genau hätte ich mal einen anderen kreuzer genommen die monotov da werde ich nach den paar trefferchen die ich hier hatte schon weg vom fenster gewesen glaube ich du bist aber auch sofort erstes target hier mit ne also kannst du machen oder willst die sehen dich dankbar der versucht immer noch mehr zu treffer warum ich muss mal im drehen ich muss man muss man eben mit ihm reden kleines nettes gespräch führen hier unter kollegen nicht kollegen 1,2,3,4 oh ne ich habe mir jede menge schiffe hinterher was machen sie da kreuzer warum warum kreuzer ich bin noch kreuzer so komm mal raus da was hat das denn für treffer krass und ja irgendwas trifft mich hier ich sehe aber nicht was auf links da ist er da hat er was erzählt ich verstehe doch kein japanisch kann ja nicht auf deutsch verstehe ich davon wir aus englisch aber was das doof ähm ähm äh ja jetzt hatte ich gerade andere probleme ich glaube die wollen was von mir oder oh ja ob die was von mir wollen ich wollte die alleine fertig machen na gut ich komme zurück zum konvoi ich fahre zurück zum konvoi so hat ja recht ja 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 er hat ja recht er hat ja recht der ralke hat recht ist denn ist denn der sang korrekt da hinten ist er da hinten ist er niki ist da hallo grüß zum grüß zum grüß erst gefühl habe ich auch die ist ja die macht ja auch einen irren schaden wenn die trifft also ist ja nun mal so aber wenn wir jetzt nicht ganz blöd sind und uns hier platten lassen das ist ja nicht wahnsinn wir haben jetzt ein schiff verloren hier krass die gegner haben schon fünf verloren haben wir ist das nette truppe und dann ja aufgrund dessen was ich hier schon eingesteckt habe folge ich natürlich jetzt erstmal dem konvoi ich werde mal mein schiff eben reparieren das ist auch geil ne du fährst ein kreuzer und reparierst mal eben dein schiff ich finde das so geil ich finde das so klasse dreimal kann ich das den reparieren das ist der wahnsinn es sind noch sechs gegnerische schiffe da unter anderem dieses nette flugzeugträger gedöns was mich versenken wollte da kriegt er nicht kriegt er nicht kriegt er nicht kriegt mich nicht die gegner sind da drüben ordentlich verteilt aber was willst du machen was willst du machen ich fahre jetzt erstmal darüber ja super würde ich sagen zwar leistungsmäßig also so rein von der vom stand wie ich jetzt im team bin ja ok ein flugzeug das kann man erzählen hammer und der sanco ja etwas besser der wenigstens schiefer sind und unglaublich ich wollte nochmal ganz kurz gucken ja sag ich doch da premium premium 519 518 ok also als letztes geschenk einmal premium bekommen im moment mal premium laden super của was kann denn der ach so ach so ja 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 kohle hausmann hast du jetzt premium geschenke kriegt vom wegen einmal kurz den container öffnen natürlich mit glück den super container weil ich jetzt nichts gekauft habe da können ja auch heiße sachen drin sein zwei tarnung cool die sehne des uns jahres verringert die folge ach so dass die ist das ok 20 20 prozent verdienter kreditpunkte 3 prozent erkennbarkeit und streuung ja und 100 prozent im gefecht verdiente ep die ist gut die ist richtig gut brauche zwar den premium schiff nicht aber wie kann ich ja bei anderen schiffen einsetzen so dann melde ich mich mal wieder bereit mal gucken was hier jetzt so passiert danke fürs zuschauen wenn ich das dem gefallen hat lasst mir noch ein follower da und dank für die youtube videos und abo für den kanal bis dann macht's gut bei